Okay, sind wir gut bewaffnet. Komm ran! Komm ran, du Stück Dreck! Ich bin gut bewaffnet. So. Jetzt können die Missionen nur kommen. Jetzt werden sie alle platt gemacht. So. Jetzt haben sie keine Chance. Was ich aber jetzt noch brauche, ist hier ein bisschen Leben. Wir wurden erwischt. Telefon! Oh ne, warte mal. Warte mal, kommt ihr wieder. Ach, okay, ich hab's gedacht. Dieser Scheiß kommt wieder. Halt's Maul. Halt's Maul. Mit diesem Scheiß. Na toll. Ja, okay, ich hab's mir gedacht, aber das Beste zu überprüfen und es dann wissen, als nicht. Wird auch eine versteckte Mission sein können. Was anderes als dieser Scheiß, okay. Komm mal schnell ran, aber schnell. Schnauze, schnauze. Fertig machen zum Wegmachen. Wir verziehen uns. So, wir verziehen uns. Okay, schnell abhauen. Schnell abhauen. Drei, zwei, eins. Und schnell weg hier. Schnell weg. So, wir brauchen Leben. Ist denn hier irgendwo Leben? Leben, Leben, Leben. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Oder Stadien oder sowas. Unwichtiges. Ja, nee. Tschüss. Äh, Grafikfehler. Was geht ab? Okay, es ist nur ein Stern. Ah, verdammt. Wir brauchen Leben. Leben, Leben, Leben. Halt! Da, 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 da. So, Leben, Leben. Leben, Leben, Leben. Okay, wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis dieser Scheiß da weggeht, um zu speichern. Ah, ist ja ganz toll. Diese Zeitverschwendung. Ich da nehme ich halt dich mit. So, komm ran. Das ist meins. Das ist meins. Und die Polizei kann nichts dagegen tun. Okay, ich habe eins. Schön. Eins von 15. Nein, ist praktisch. Okay, mal schauen, ob ich das alleine finde. Okay, ich habe es schon gefunden. Das zum Speichern. So. Okay, was ist denn hier für ein Scheiß? Ah, ist auch ein Scheiß. Okay, tschüss. So. Toll, dann heißt es abwarten. Geil, Pistole. Haben wir freigeschaltet, schön. Peng. 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 Müssen warten. Peng. Okay, hier kommt keine Polizei. Das ist interessant. Keine Polizei. Keine Polizei für euch. Ist vorbei. Oh doch, Polizei. Okay, alles klar. Dann tschüss. So, ich weiß nicht, dass wir der da... Der da hat einen verdächtigen Hut. Der muss es sein. Oh shit. Ja, nicht verzieht euch. Ich bin nicht da. Nö, nö. Ich bin nicht da. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Nö, nö. Verdammt, das ist zu. Okay, okay. Wir sind aus dem Schneider. Puh. Wollte schon sagen. Und hey, hier ist die spawned. Das ist interessant. Ach komm, wie lange braucht ihr noch? Verpisst euch doch. Läuft. 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 So schnell. Hey. Ich habe nicht umgeballert. Ich war das nicht. Nö, nö. Hey, ich bin Polizist. Ich bin Polizist. Ich habe jeden Tag Donuts. Und fühle mich so cool. So, ich bin der Oberboss. Nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich gehe einfach über die Straße. So, ich habe eine Pistole am Gürtel und komische Arschtaschen. Ja. Wow. Das war heftig. So, richtig chillig sind alle. Ja, weg da, Polizist. Weg da. So, willst du denn mit unserer Gang anlegen? Was ist los mit dir? Halt's Maul. So, wir sind die Gang. Wir machen die Straße unsicher. Ja, und wir meinen es so ernst, dass wir hier einfach so durch die Straße laufen. Ja, hier, willst du denn mit mir anlegen? Böse mit mir anlegen? Hä? Hm. Mit uns. So, wir sind richtig cool. Ah, wie lange brauchen die? Äh. Wir sind richtig episch. Hö, 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 hö. Ha, 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 ha. Ja, und das ist langweilig. Und wer ballert hier? Wir sind verarschen. Wer ballert denn hier? Hö, hö, Grafikfehler. Was geht ab? Ist da einer hinter mir? Ah, nö. Gut. So, das macht Spaß. Tja. Okay, da ist einer festgepackt. Da ist einer festgepackt. Da will ich was tun. Da will ich was tun. Da will ich unbedingt was tun. Da ist einer festgepackt. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Das, was mir wehrt. Das, was mir wehrt. So, da konnte ich nicht widerstehen. Da konnte ich kein bisschen widerstehen. Und ich kann nicht rennen. Nein, ich bin nicht da. Halt's Maul. Ich bin nicht da. Aber wie lange braucht ihr zum Abschließen? Oh, das ist ätzend. Oh Gott, hier kann ich die Kamera nicht aktivieren. Um mich hier umzuschauen. Ist ja toll. Hm. Oh, ich glaube, alle sind festgepackt. Es geht nicht weiter. Wie es aussieht. Oh, was für ein Scheiss. Okay, dann müssen wir es nachher beenden, sobald die Sterne weggehen. Oh, so ein Scheiss, Mann. Warum können wir diesen Scheiss wiederholen? Als ob das jemand jemals wiederholen wird. Jeder fand's scheiße, diese Mission. Und das andere auch. Keiner will das hier hundertmal machen. Wirklich niemand. Selbst wenn jemand alle Spiele auf der Welt durchgespielt hat. Und das mehrmals. Und nichts anderes zu tun hätte. Ich würde doch hier lieber Tetris weiterspielen, als diesen Scheiss hier. So, zwei Bespa-Schläger. Hui. Zwei, zwei, zwei. Okay. Oh, wie lange dauert das? Also, dass die Sterne weggehen. Komm schon, ihr Sterne. Geht weg. Verdammt. Oh, was für eine Zeitverschwendung. Hm. Okay, machen wir ein bisschen Box-Training. So, immer nur rechts verwenden. Er ist halt Rechtshänder. Er macht alles mit rechts. Alles klar. Ist eine stärkste Hand. So, bis nach vorne. Bis hier. Wir sind der Box-Meister. Der neue Rocky. Ja, wir sind der neue Rocky. So. Hui. Wir drehen uns. Hui. Wie ist das neue Training hier? Genau so Boxmann. So. Das hilft, dass man hier nicht kotzen muss. Und da werden die Gegner schön verwirrt im Ring. Da wissen sie nicht, was zu tun ist. Ach, ist das denn Ernst? Oh, ist echt zum Weinen. Auch der Himmel weint. So, das ist echt zum Weinen. Ja, machen wir den Scheiß fertig. Geh aus dem Weg hier. Machen wir den Scheiß fertig hier. Das wird mir zu blöd. Die brauchen ja viel zu lange, die Gegner hier. Die können gar nichts. Und der Tummel taucht nach. Nein, verdammt. Muss das sein. Halt, bleib hier. Stopp. Verdammt. Geh, bleib. 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 So, weg da. Nein, nicht verhaften. Geh weg. Aber was? Jetzt bewegen die sich auf einmal. Jetzt auf einmal bewegen die sich. Ja, danke fürs Schieben. Das ist aber nett. So, und jetzt verzeh dich hier. Höre auf zu tun. Ihr werdet die Missionen weitermachen. Verdammt. So, eine verdammte Zeitverschwendung. Okay. Und die haben die ganze Zeit nichts gemacht. Die ganze Zeit über nichts. Das ist ein Witz. So, Action, Action. Action, Action. Weg da. Das wollte ich nicht. Sorry. Ja, natürlich. Was ist das denn? Und ich muss schnell wechseln. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Bleib mal hier stehen. Stopp. Ich muss wechseln. So, weg da. Hör auf zu ballern. Nein, lass das. So, ich muss noch kurz das da sammeln. Geh da weg. So, schon besser. Einer weniger. Und du, verpiss dich höher. Sehen wir jetzt hier durch. Ich glaube, das ist das letzte hier. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das muss das letzte sein. Ah, was auch immer. Ich glaube, daneben ist er versagt. Bla, bla, bla. Ah, ganz tolle Zeitverschwendung hier. Okay, das machen wir nie wieder. Nie wieder. Das ist ja mit abgerissen. Das Telefon. Ah, Schnauze. So. Ah, shit. Nein, nicht da explodieren. So, lieber hier. Gut. Hm. Gut. Talali, talala. Es war nicht mehr zu retten. Das mussten wir lösen. Mussten wir einschläfern. Es geht nicht anders. Wird zwar noch gerettet werden können und woanders leben können, aber nee. Das wäre zu viel Arbeit. Lieber einschläfern direkt. So. So. Da müssen sie dann zu viel anderes tun. Zu viel Arbeit. So. Um jemanden zu retten. Okay. Also lassen wir das. So. Okay, nächste Mission. Okay, seine Mission machen Spass. Höchstig Spass machen die. Schade. Können wir nicht kaputt machen. Was kommt als nächstes? Nein, nicht da runter. Stop. Stop. Mist. So, Sekunde. Gut. Was wäre blöd, wenn es da unten explodiert. Brennende Beweise. Na. Okay. Ich weiß, einen wirklich wichtigen Mann in der Stadt. Ein starkes Beweise mit, wie wir sagen, exotischen Gäste und Geld, um ihn zu entdecken. Er ist involviert in eine legale Sache. Und die Prosecution hat einige ziemlich schrecklichere Fotos von ihm an einem morgarten oder so. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. Hey, we're not going to do pretty well out of this kid. Okay, we're not going to do pretty well out of this kid. No more complicated. Okay, I need a car. I need a car, okay, you're better. We need a car with ram attack. So, what can we do here? What do we need? It's really necessary. We have a visitor here and could easily destroy it. But no. That must be a mistake. Shit, leave it. Okay, that was close. We're going to make this unnötige Aufgabe here. We're going to do this. So, shit. Yeah, wow. Yeah, wow. Hold on, Polizist. Geh, kacken. Fauxbach Auto. 1,6. Okay. Hey, die kommt zurück. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Shit. Drei Sterne. Ernsthaft. Ja, what the fuck? What the fuck is das denn? Okay, warte. Ich komme gleich wieder. Okay, es ist nicht mehr shit. Das Payenspray. Verdammt. Das ist gerade echt ungünstig. Warum war hier gerade ein scheiß Polizist? Warum war da gerade so einer? Jetzt mich farschen. Verdammter Mist. Oh, gefällt immer die gleiche Runde. Wie es aussieht. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Da, da, da. Da, 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 da. Okay, wir müssen das so lösen. Es geht nicht anders. Halt. Ich muss zurück. Lass mich zurückgehen. Muss das sein, Sammel. Okay, ich wollte schon sagen. Muss ich ernsthaft raussteigen. Aber nein, muss ich nicht. Okay, da bin ich froh. Lass doch den Scheiß. Bau diese Bagger. Diese verdammten Bagger. Ich brauche ein anderes Auto. Verdammt. Müssen die so rumstören? Nein, das machst du nicht. Das machst du nicht. Okay, fuck, ich muss jetzt mal die loswerden. Ich muss erst die loswerden. Die Nerven. Die Nerven extrem. Okay, wo war hier? Shit. Äh, da vorne. Pain-Spray. Da vorne. Da, 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 da. Nicht ballern. Nö, nö. So, bitte kann ich mich so ein Fehlgeschlagen. Das wäre echt nicht nett. Das wäre nicht nett. So, verpisst euch. Ich habe zu tun. Schnauze. So, das ist immer noch gelb wie vorher. Aber so lange es riecht. Okay, das waren ja tolle zwei Minuten. Ganz toll. Das ist echt Spaß für die Oper. Und die stehen dann auch noch rum. Na, und die auch. Alle von der gleichen Sorte hier. Alle zusammen Spaß-Rassisten. Okay, na warte. Ja, jetzt bist du dran. Ja, jetzt bist du dran. Komm ran. Komm schon. Komm schon. Bleib stehen. Fahr langsamer. Ich brauche die Beweise. Ich brauche sie. Ich bin Sammler. Ich will sie in meine Sammlung. Komm schon, komm schon. Ich habe es gleich. Wir haben es gleich. Komm schon. Bisschen angerammt. Aber nicht gut genug. Verdammt. Das Auto ist nicht schnell genug. Das Auto ist nicht schnell genug. Und auch nicht so stark. Kann ich einfach das Auto klauen? Na, natürlich nicht. Hö, der Typ da dreht durch. So. Ich brauche ein Auto. Mit Rammstärke. Bleib stehen, verdammt. Du kannst endlich fahren. Bist du klein. So. Party, Party. Okay, jetzt schaffen wir es. Mit dieser Musik schaffen wir es. Schön, wo ist der? Weiter vorne. Okay. Da bist du. Komm ran. Hö, wo gehst du hin? Was soll die Scheisse denn? Nein, nicht rumfallen. Stopp. Stoppen. Ach, meine Fresse ist das behindert. Nervige Mission. Na, geh weg. Gott, komm mal Turan. Du bist schnell. So, sorry. Wir sind nicht von der gleichen Sorte. Ich brauche das mal kurz. So, weg da. Komm schon. Komm schon. Ha, geht doch. Okay. 3 von 6. Wenigstens haben wir da unendlich Zeit. Immerhin etwas. So. Na komm. Was soll die Scheisse. Hör auf so zu fahren. Komm ran. Du, 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 du. Ja, geht nicht mehr viel. Und so viele Polizeiautos. Dass man ja da reinfährt und man einen Stern bekommt. Ist klar. Und da fährt immer gleich Scheisse. Ja, was soll das denn? Was soll die Scheisse denn? Hä? So, nur noch einmal dann. Einmal noch. Komm ran. Fährt bestimmt wieder so hin. Das stimmt, oder? Fährst du so hin. Ja, ich habe es doch gewusst. So, jetzt kannst du sterben. Und zünde das Auto dann an. Okay, Sekunde. So, es exportiert doch eh gleich, oder nicht? Okay, dann halt so. Ich muss weg. So. Alles recht unnötig. Man hätte auf einfach das Andraute zerstören können. Das wäre aufs gleiche hinaus gelaufen, aber nee. Okay, hä, wer ist denn hier die? Hä, wer ist das denn? Donald Trump, oder wer ist das? Hä? Wo kommt das der auf einmal her? Wer ist das? Okay, egal. Machen wir zuerst, dass er... ... die Snare-Typen... So. Speichern, speichern. Speichern, speichern. Und das war jetzt etwas nervig. Aber nicht rätzend. Immerhin etwas, okay. Okay. Ah, der Stern ist immer noch da, ja. Und's taft. Ach, nervige Typen.